Mehr als 4.000 Menschen haben in Berlin gegen hohe Mieten, Verdrängung und Wohnungsnot protestiert. Sie fordern radikale Änderungen in der Wohnungspolitik, darunter ein bundesweiter Mietendeckel, ein Verbot von Eigenbedarfskündigungen und Zwangsräumungen. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt in Mietwohnungen. In Berlin leben 80 Prozent der Bevölkerung zur Miete. Einem im vergangenen Monat von Berlin halb veröffentlichten Bericht zufolge sind die Mieten um mehr als 18 Prozent auf fast 14 Euro pro Quadratmeter gestiegen.